Gemeinsam weiterdenken. Ein Podcast der HWR Berlin. Im Fokus Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Das ist schon die zweite Folge unseres Podcasts, mit dem wir gemeinsam weiterdenken wollen. Wir sind auch heute zu zweit in unserem Aufnahmestudio an der HWR Berlin. Mein Name ist Julia Oelkers. Und ich bin Sharif Thieb. Hallo. Wir beschäftigen uns heute mit insgesamt drei Themen. Bei zweien spielt IT-Technik eine wichtige Rolle. Es geht zum Beispiel um mehr Diversität und Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung. Im zweiten Teil der Sendung verlassen wir Berlin, jedenfalls im Gespräch, und reden über den Spreewald und wie dort der Tourismus nachhaltig gestaltet werden kann. Doch zunächst geht es um Roboter in der Stadtbibliothek Pankow und das Projekt Kuro B4ALL. Das steht für Kunst, Robotik, Bibliothek für alle. Am Ende dieses Projekts stand eine Ausstellung in der Stadtbibliothek. Das war eine bewegte Performance, in der mehrere Roboter eine zentrale Rolle gespielt haben. Wie es dazu kam und wer dahinter steckt, darüber möchten wir jetzt sprechen. Dafür begrüßen wir Heike Wiesner. Sie ist Professorin für betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme und außerdem Expertin für partizipative Softwaregestaltung und sie setzt in ihrer Forschung einen besonderen Schwerpunkt auf transformative Technologien und Diversity. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber. Das Forschungsprojekt Kuro B4ALL steht für Kunst, Robotik, Bibliothek. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen der HWR Berlin, der Stadtbibliothek Pankow und dem KünstlerInnen-Netzwerk Artspring. Als ich das erste Mal davon gelesen habe, habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich werden da Roboter entwickelt, die irgendwie die Bibliothek unterstützen sollen, da in den Ablauf eingesetzt wird und vielleicht kommt dann so ein kleiner R2-D2 angefahren und da kann man dem sagen, hol mir mal Buch XY aus dem Regal und der ist dann von den KünstlerInnen irgendwie schön gestaltet. Aber als ich dann ein bisschen weitergelesen habe, habe ich gesehen, darum geht es nicht ganz. Frau Wiesner, was war denn die Idee und was für eine Art Roboter stehen denn jetzt in der Stadtbibliothek in Pankow? Ja, ich hole da mal ein bisschen aus. Also das Projekt wurde ja von der Kulturschriftung des Bundes gefördert und die Programmlinie heißt Dive-In. Das heißt so viel wie eintauchen oder kopfüber. Und wenn wir da wirklich diese bereits etablierten Roboter, also wie Pepper, mit etwas hipperem Aussehen, schön durchgeschmückt und begrenzte Interaktionen einfach in der Bibliothek etwas herumgefahren hätten, ich glaube, da wären wir nicht gefördert worden. Also nein, das Projekt war von Beginn an auch schon als Experiment konzipiert. Und die Projektpartner waren auch unglaublich verschieden. Kunstbibliotheken und aus der Informatik. Das war ja ganz wichtig, am Ende stand ja auch so eine Ausstellung. Wir wollten das Thema Robotik fokussieren, mit einem gesellschaftlichen Diskurs auch verbinden. Und ich denke, das ist uns sicherlich auch gelungen. Und den zweiten Teil der Frage, also es geht um, was war das denn jetzt für ein Roboter? Wir haben uns tatsächlich für einen Roboterarm entschieden, der auch sehr groß ist. Den Franka Emica Pando Robot. Und das ist ein Roboterarm, der hat über sieben Achsen, ist extrem beweglich und perfekt auch für agile transdisziplinäre Projekte. Aber jetzt mal zum Verständnis, ist der noch in der Bibliothek oder nicht? Genau, der ist jetzt noch in der Bibliothek und der gehört auch der Bibliothek. Weil wir wollen genau diesen realen Raum in der Bibliothek und wenn weitere Projekte jetzt folgen werden, also so ist es ja auch geplant, dann wird auch dieser Roboter in diesem realen Raum auch weiter in der Bibliothek, auch im Rahmen der Bibliotheksnutzung auch programmiert. Und wie sind Sie auf dem Weg vorgegangen? Also wie hat sich das entwickelt? Wer war daran beteiligt? Also einmal dieser Partner Artspring, das waren die zwei Künstlerinnen, die wurden durch ein Stipendium auch gefördert ein Jahr lang. Das ist die Janne Höltermann und der Friedrich Weber. Und die haben wir dadurch wirklich ins Boot bekommen, ein Jahr mit den Informatikern zu programmieren. Und die Projektpartner Robotik, das war aus meiner Arbeitsgruppe heraus, das war der Max Matto. Und die Stadtbibliotheken, das war Pankow und auch Buch. Und die wirken bibliothekseitig sehr intensiv in das Projekt mit und dort waren gleich mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem stark involviert. Ja, wie sind wir vorgegangen? Das war ja eigentlich die Hauptfrage noch. Ja, im Kernsinn haben wir partizipative Softwaregestaltung umgesetzt. Im Sinne von Christiane Floyd, muss man sagen. Und zwar auch in dieser Radikalität. Das heißt, wir sind agil, transparent, divers und partizipativ vorgegangen und haben die Kundenseite sozusagen von Anfang auch mit involviert. Wir haben das gemacht mit Vortragsreihen, Workshops, Besucherinnenbefragungen, gruppenübergreifende Arbeitssitzungen und so weiter. Und dadurch, dass wir alle das gleiche Ziel vor Augen hatten, nämlich die digitale Gesellschaft zu adressieren, mussten wir irgendwie transdisziplinär zusammenarbeiten und an diesem gleichen Strang dann auch ziehen. Das bedeutet aber, ich kann jetzt als Bibliotheksbesucherin diesen Roboter programmieren? Das ist tatsächlich teilweise tatsächlich möglich. Das ist ganz interessant. Und zwar gibt es einmal eine grafische Oberfläche und einmal sozusagen, dass man direkt irgendwie in die Kodierung kommt. Und natürlich haben die Künstler und Künstlerinnen, die haben auch eine Schulung bekommen, klar, dass sie auch mit dieser grafischen Oberfläche arbeiten können. Und das ist tatsächlich auch möglich, dass Besucher und Besucherinnen das auch machen können. Nur dieser Roboterarm, der ist relativ sensibel. Also man kann nicht einfach so loslegen, sondern das geht natürlich dann mit den Bibliotheksmitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch zusammen. Die sind auch zertifiziert jetzt da drin. Haben Sie da vielleicht Beispiele, was dieser Roboter so kann oder was der bis jetzt gemacht hat? Das ist wirklich ziemlich spannend. Der ist, es ist eigentlich ein Industrieroboter, der auch sehr präzise arbeiten kann. Also der hat ja zum Beispiel jetzt im Rahmen dieser Ausstellung, der Arm hat getanzt, kann man fast sagen. Und dann war ja der Roboterarm mit einer Schere ausgerüstet und der hat dann sozusagen nach und nach kleine Bänder durchgeschnitten. Und das ist schon Präzisionsarbeit. Und da kann man einfach sehen, so wie so etwas in so einem öffentlichen Raum jetzt, so was ja in der Bibliothek da auch bei den Besuchern eigentlich angekommen ist. Also die waren schon ziemlich fasziniert von dieser Präzision, die dieser Roboter dort ausgestrahlt hat. Das war schon sehr beeindruckend. Wie haben denn die Mitarbeitenden in der Bibliothek reagiert? Also es ist ja vielleicht nicht immer so, dass bei den Leuten, die da arbeiten, Automatisierung oder Robotik willkommen ist. Genau, die waren natürlich extrem skeptisch. Muss man wirklich sagen, in Bibliotheken ist ja experimentelles Arbeiten ja nicht unbedingt irgendwie, ja, kein gelebter Alltag. Und die Bibliotheksmitarbeiter waren dabei auch unglaublich gefordert. Also das war ja sozusagen noch on top drauf. Die hatten eben kein Stipendium, sondern die waren sozusagen in ihrem Alltag, Bibliotheksalltag mit eingebunden. Und natürlich wollten die Bibliotheken gerne einen Roboter nutzen, der schon in der Bibliothek eingesetzt wird, wie Pepper, der die Besucher zum Beispiel begrüßt und so weiter. Dann war natürlich dieses Ringen drum, was für ein Robotertyp soll es jetzt werden? Und dann hat die Künstlerin gesagt, also wenn wir den Pepper nehmen, den zerschlage ich, dann mache ich sofort ein Kunstprojekt draus. Ja, also das war dann sozusagen auch recht kontrovers diskutiert. Und dann haben wir tatsächlich eben auch mehrere Roboter eingesetzt. Also einmal diesen Roboterarm, aber auch den etwas kleineren Nao, der einfach unglaublich bezaubernd sein kann und die Bibliotheksbesucher und Besucherinnen, vor allem die ganz Jüngeren, unglaublich bezaubert hat. Also insofern haben wir sie beide laufen lassen. Und wir haben sogar noch einen dritten, den Volksbot, haben wir mitlaufen lassen. Der hat eine ganz offene, ist so eine offene Plattform. Und da konnte man, konnten die Besucher und Besucher sehr gut sehen, was alles an Möglichkeiten ist, wenn man das so modular aufbaut. Da konnte man Roboterarm brauchen, eine Kamera oder auch eine Erkennungssprache und so weiter. Das kann man alles da drauf montieren und dann loslaufen lassen. Und so konnte man eben diesen sehr perfekten Nao, diesen kleinen menschenähnlichen Roboter, dann diese Plattform, die modular aufgebaut wird und diese Präzisionsrobotik. Diese drei Bereiche waren dem Besucher natürlich voll zugänglich. Das war natürlich toll. Eine Nachfrage noch. Was hatte die Künstlerin denn gegen diesen schon existierenden Roboter, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe? Warum wollte sie, also genau, warum mochte sie den nicht? Genau, also den Pepper, der ist, was sollte sie mit ihm anfangen? Also den konnte ich nur hinsetzen und vielleicht irgendwie genauso irgendwie noch nicht einkleiden oder so etwas, aber was sollte sie mit ihm machen? Das Einzige, der hätte die Leute durch das Event führen können und vielleicht die einzelnen Exponate erklären können. Aber das Besondere, warum wir auch gefördert worden sind, dass eben diese drei Bereiche auch zusammenschmelzen. Das heißt, wir mussten ein Thema finden, was uns gemeinsam verbindet und wo sozusagen dieser Roboterarm auch tatsächlich für die Kunst auch irgendwie gearbeitet hat. Also die Künstlerinnen standen im Grunde im Zentrum. Jetzt hatten wir ja die Künstlerinnen im Zentrum, die eine sehr eigene Sichtweise auf die Roboter hatten. Wie haben die denn mit den InformatikerInnen zusammengearbeitet? Weil das sind ja auch zwei Welten, die auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Ja, die waren wirklich erstmal auf den ersten Blick ziemlich weit davon entfernt, wobei die eine Künstlerin schon im Bereich Robotik da wirklich schon eng in Berührung war. Das muss man ganz klar sagen. Sonst hätten wir sie ja auch gar nicht benutzen können. Die Zusammenarbeit lief perfekt. Also das war wirklich großartig. Aber das hing auch ganz klar an dem Informatiker, den Max Matot, der es wirklich geschafft hat, sehr gut zuzuhören, was sie braucht und was dieser Roboterarm machen sollte. Und der hat sich unglaublich in diesen Roboterarm hineingefuchst und hat dann tatsächlich diese Aufträge im Grunde ganz eng abgestimmt. Und was für den wahrscheinlich eine ganz ungewohnte Situation war, dass das eben nicht einfach im Labor stattfand. Also sozusagen, sagen, der soll jetzt so und so viel Zentimeter rechts oder links oder sonst irgendwas sich bewegen. Sondern, dass sie das Kunstwerk und die Programmierung zeitgleich aufgebaut haben und auch immer wieder ausprobiert haben. Das war ja eine Performance. Auf der einen Seite war ja der Kerze, auf der anderen Seite war der Roboter. Und dazwischen waren diese Bänder mit den Christkugeln dran und dann haben die sich ja so ein bisschen, ja das ist alte, die Kerze, die sozusagen die Bänder durchgebrannt hat. Und auf der anderen Seite der Hightech-Roboter. Das ging ja so ein bisschen abwechselnd. Und darum fand ich, das war, die haben miteinander beide Bereiche, also Kerze und Roboterarm haben miteinander getanzt, fand ich. Ja. Hat sich dieser Sprung ins kalte Wasser ja für alle Beteiligten gelohnt. Auf jeden Fall. Aber man muss wirklich dazu sagen, es ist sehr, sehr anders. Das war eines meiner anstrengendsten Projekte überhaupt. Ich habe noch nie so viele Sitzungen und noch nie so viel Kontroversen aushalten müssen, Dissens aushalten. Aber wenn man dann dieses Event erlebt und wie das denn alles so funktioniert hat, also da wurden wir alle für belohnt. Das war großartig. Ja, würde ich immer wieder machen. Es gibt ein weiteres Forschungsprojekt von Ihnen, an dem Sie beteiligt sind. Über das sprechen wir gleich. Im Forschungsprojekt Inspira geht es um Stadtplanung und darum, möglichst vielen Bürgern und Bürgerinnen die Chance zu geben, mit eigenen Ideen und Wünschen sich zu beteiligen. Erreicht werden soll das durch virtuelle Räume und Visualisierung. Das ist ein Projekt, an dem mehrere Hochschulen beteiligt sind und federführend sind unsere Partner von der HTW Berlin. Wir begrüßen Christoph Holtmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und arbeitet im Bereich der angewandten Informatik. Herzlich willkommen. Ja, dankeschön für die Einladung. Was genau ist denn die Idee hinter Inspira? Die Idee hinter Inspira ist, dass wir Bürgerinnen und Bürger mehr und auf neuartige Art und Weise an der Stadtplanung beteiligen wollen. Das bedeutet, wir wollen neue Möglichkeiten schaffen, auch für Jüngere, aber nicht nur. Wir wollen möglichst die breite Bevölkerung erreichen, über neue Technologien Feedback zu geben und auch einmal Informationen auf eine neuartige Weise zu erfahren und dann eben eigene Ideen beitragen zu können und damit hoffentlich das Bild der zukünftigen Stadt mitgestalten zu können. Kann ich mir das so verstellen, ich gehe durch die Stadt und dann sehe ich da einen QR-Code oder sowas und kann dann gucken, worum geht es hier oder wie stellt ihr euch das vor? Genau, wie sehen überhaupt unsere Tools aus oder woran arbeiten wir eigentlich? Also ein Schwerpunkt ist eben die Partizipation und auf der anderen Seite haben wir einen technischen Schwerpunkt mit einem Fokus auf neuartige Technologien, in dem Fall immersive Technologien, was einmal die Virtual Reality ist und einmal die Augmented Reality. Virtual Reality braucht in dem Fall dann spezielle Datenbrillen, die dann ein Bild projizieren auf die Augen, was komplett virtuell ist und auf der anderen Seite steht eben die Augmented Reality App in dem Fall für das Smartphone und diese ist in der Lage, auf das Kamerabild, also auf die Realität, virtuelle Objekte einzublenden, sodass es so aussieht, als ob diese im realen Stadtraum in dem Fall stehen würden. Also beispielsweise ein geplantes Gebäude würde sich dann in das Kamerabild einfügen und mehr oder weniger realistisch wirken, sodass man sich zumindest sehr gut vorstellen kann, wie sieht der Ort in Zukunft aus, wenn dann das Bauprojekt abgeschlossen ist. Geht es dabei nur um Großprojekte, weil Sie jetzt gerade sagen, der zukünftigen Stadt oder geht es auch um kleinere Dinge? Wie wird ein Platz gestaltet? Wie wird eine Straße gestaltet? Wir haben im Projekt Partner dabei, die Szenarien stellen, also Großprojekte in dem Fall, aber das ist nicht der einzige Fokus. Wir verstehen die Plattform an einer anderen Stelle auch als eine Art Brainstorming-Plattform, worüber man dann Ideen beitragen kann und die können klein, aber auch groß sein. Da wollen wir generell erstmal nichts ausschließen. Der Start kann aber durchaus gegeben werden über ein von der Stadt geplantes Projekt, zu dem man dann beispielsweise Beteiligung sich eben von der Bürgerschaft wünscht. Und das kann der Ausgangspunkt sein, aber das muss nicht das Ende sein, sondern wenn dann Bürgerinnen und Bürger, während sie beispielsweise durch die Stadt laufen, auf Ideen kommen, dann soll eben auch das gewährleistet sein über die Tools, die wir entwickeln, eben da das Feedback zu geben und die Ideen einzubringen. Ihr setzt es ja erstmal jetzt in Fellbach und in Berlin um. Was sind das für Projekte, also worum geht es da in den beiden Städten? Genau, die Stadt Fellbach ist direkt Partner bei uns im Projekt und ist dafür verantwortlich, das erste Szenario mitzugestalten. Und da haben wir angeschlossen an ein ehemaliges Freibadgelände, was komplett umgestaltet werden soll, ein Infrastrukturprojekt in Form eines Kreisels und angrenzende Bereiche. Und dieses Gebiet soll jetzt dafür dienen, dass wir dort eben die Technologie testen, insbesondere zurzeit mit dem Fokus auf die AR-Anwendung und jetzt in den kommenden Monaten dann auch für die VR-Anwendung, wofür wir dann beispielsweise dort vor Ort Scans des Geländes machen und natürlich auch mit der entsprechenden Verwaltung mit den Architektenbüros dann sprechen müssen über die Stadt Fellbach, die eben beteiligt ist, um an die Daten zu kommen, die wir dann wiederum visualisieren wollen. Und ja, das wäre das Szenario, was jetzt der Ausgangspunkt ist mit dem Partner Fellbach. Und in Berlin ist es dann so, dass wir auch natürlich mit der Verwaltung sprechen, aber wie eben schon erklärt, eher den Ansatz verfolgen, kleinere Projekte zu haben und eben kein großes Szenario, wobei wir das nicht ausschließen. Es gibt eine Reihe an Projekten, sehr, sehr spannenden Projekten in Berlin, auf die wir auch noch zugehen wollen. Wir haben über unseren Projektbeirat auch diverse Kontakte zu Projekten, die für uns spannend sein können. Aber da sind wir jetzt noch nicht, dass wir Großprojekte auch im Rahmen von Berlin mit integrieren wollen, zumindest nicht als Testprojekte, sondern da eben eher den Ansatz verfolgen, ja, diesen Brainstorming-Ansatz mehr oder weniger an diversen Orten in der Stadt mit zu integrieren. Wie frei ist das denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es um meine Straße geht und die soll neu gestaltet werden, gebt ihr dann Sachen vor, die ich eintragen kann? Zum Beispiel hier im Papierkorb dort einen Fußgängerüberweg und hier vielleicht eine Bank? Oder kann ich mir da auch noch selber Sachen ausdenken und wünschen und irgendwie reinprojizieren oder reinschreiben? Genau, das ist ein gutes Stichwort dafür, überhaupt mal zu erklären, was sind überhaupt Feedback-Möglichkeiten, die wir integrieren wollen. Und das geht los mit einer klassischen Texteingabe. Das sieht dann ähnlich aus, wie man das vielleicht von diversen Webseiten kennt oder auch per E-Mail. Wir wollen Bilder integrieren, auf die man beispielsweise auch einzeichnen kann. Auch das kennt man vielleicht aus diversen Smartphone-Apps beispielsweise schon. Dann habe ich gerade schon angesprochen, dass wir auch das dreidimensionale Zeichnen unterstützen wollen, was dann relativ viel Freiheiten schafft, vielleicht nicht immer ganz präzise zu designen oder zu konzipieren in dem Fall, aber ein Tool liefern, womit man eben relativ frei gestalten kann. Und zusätzlich zu diesen sehr freien Möglichkeiten, worüber dann diverses Feedback abgegeben werden kann, werden wir auch noch eine Bibliothek bereitstellen, beispielsweise für Parkbänke, Papierkörbe und ähnliche Objekte, die man dann im Stadtraum platzieren kann und sich anhand eines vorhandenen Objektes dann eine Szene vielleicht gestalten kann. Aber die ist natürlich weniger frei als die anderen Möglichkeiten, die ich eben aufgezählt habe. Wenn wir diese Möglichkeiten schaffen, dann sorgt das natürlich immer auch dafür, dass dieses Feedback gegebenenfalls oder sehr, sehr wahrscheinlich sogar moderiert werden muss, weil je freier die Möglichkeiten sind, Feedback zu geben oder überhaupt Beiträge zu leisten, desto mehr kann da passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir direkt davon ausgehen wollen, dass damit natürlich auch Feedback oder generell Beiträge abgeliefert werden, die so nicht in der Öffentlichkeit geäußert werden dürften vielleicht. Viele soziale Plattformen haben dieses Problem, aber man muss irgendwo davon ausgehen, je nachdem, wie viele Leute dann auch diese Anwendungen nutzen, die wir entwickeln. Entsprechend müssen die moderiert werden und wenn wir an diversen Stellen schon in unseren Applikationen das Ganze eingrenzen, sorgt das auf der einen Seite natürlich dafür, dass man nicht mehr so frei Feedback geben kann, aber andererseits wiederum dafür, dass der Prozess etwas geleiteter ist und wir vielleicht auch sagen können, dass bestimmte Dinge, die nicht möglich sind, wie eben der Zebrastreifen, der zum Beispiel zu nah an einer Ampel platziert werden würde, dann gar nicht erst als Feedback eingebracht wird, sondern im Voraus schon die Bürgerin, der Bürger darüber informiert wird, dass es so aus planungstechnischer Sicht nicht klappen würde oder das Feedback ist ja vielleicht etwas anstößig oder ähnliches und dass es entsprechend deswegen nicht eingebracht werden kann. Ich habe gleich nochmal eine konkrete Nachfrage. Heißt das, das Feedback seht gar nicht nur ihr oder die Stadtplanungsbehörde, sondern die Öffentlichkeit? Eine sehr gute Frage. Genau, also das wird zumindest für Feedback der Fall sein, bei dem man entscheidet, dass das auch in der Öffentlichkeit geteilt werden soll. Das erste Ziel ist natürlich, dass die Stadtverwaltung oder die Stadtplanung oder beispielsweise auch Architektenbüros dieses Feedback erhalten. Die müssen das dann im Zweifel umsetzen oder filtern und schauen, was man aus den Ideen, aus dem Feedback machen kann. Aber auch andere Bürgerinnen und Bürger sollen nach Möglichkeit das Feedback sehen können, wenn das gewünscht ist von der entsprechenden Person und nicht als anonym abgespeichert wurde. Was wiederum dafür sorgen kann, dass zwischen den Bürgerinnen und Bürgern ein Austausch stattfindet und man sich vielleicht Ideen entwickeln kann, auch auf Basis von schon eingebrachten Ideen, sodass ein Prozess entsteht. Und man auch sehen kann, vielleicht haben viele Leute das Bedürfnis, dass an einer bestimmten Stelle ein Zebrastreifen eingerichtet wird und man nicht alleine ist. Was dann wiederum dafür sorgt, dass man motivierter ist, vielleicht auch entsprechendes Feedback abzugeben, auch noch an anderer Stelle oder zumindest beispielsweise auch einfach Feedback von anderen zu liken oder zu kommentieren. Das ist auf jeden Fall, man erkennt direkt vielschichtig und nicht umsonst sind daran so viele Hochschulen beteiligt. Und jetzt wandert mein Blick in Richtung zu Ihnen, Frau Wiesner. Welchen Part hat denn unsere Hochschule, die HWR Berlin, in diesem Projekt? Ja, ich würde sagen, einen recht wichtigen Part. Und zwar geht es um zwei Bereiche. Also einmal um partizipative Softwaregestaltung. Also dass wir auch sicherstellen, dass an diesem Prozess auch diverse Bürger, Bürgerinnen, dass alle Bereiche sozusagen dann auch abgedeckt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. In enger Verbindung damit die partizipative Evaluation. Das heißt, wenn jetzt das Frauencomputerzentrum uns jetzt die, also jetzt, dass viele Bürger und Bürgerinnen damit arbeiten, dann haben vielleicht alle das Gefühl, dass alles ganz wunderbar geklappt hat. Aber es ist auch wichtig, die Bürger und Bürgerinnen selbst zu befragen im Nachgang, ob sie was mit dieser Applikation anfangen können. Ob die Features, die dort irgendwie bereitgestellt sind, ob die auch gut ankommen, ob sie da noch Veränderungen, Wünsche haben und, und, und. Das heißt, die partizipative Evaluation bezieht sich auf diese Bereiche. Auf der einen Seite auf diese technische Entwicklung und auf diese Tools, aber auch auf die Szenarien und auch beides sozusagen auch zu verbessern. Und das Feedback von den Bürgern und Bürgern kann man auch wiederum auswählen, auch Filter setzen zum Thema Alter, Geschlecht und so weiter. Also das sind spannende Erkenntnisse und diese ganzen Erkenntnisse sollen wieder in diesen Entwicklungsprozess in mehreren Schleifen dann auch wieder umgesetzt werden. Das heißt, wir machen das nicht so, wie das oft häufig ist bei diesen normalen Design-Thinking-Methoden. Da wird am Anfang mal der Bürger gefragt, was braucht es und am Ende, wie findet ihr es? Und vielleicht nochmal in der Mitte, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, wir haben auch Bürger, Bürgerinnen, die teilweise auch durchgängig an diesem Prozess und auch an den Applikationen sozusagen beteiligt werden und auch werden sollen und auch durchgängig beteiligt werden sollen. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Wie machen wir das? Und aber das funktioniert natürlich ganz gut, weil wir dann auch ein gemischtes Team haben. Dieser Einsatz oder diese Technik selber, die wird ja auch Geld kosten und in Zeiten, Klammerkassen in den Städten und Gemeinden. Das ist die Frage, lohnt sich das für die Beteiligten? Hat das eine realistische Chance, dass das dann auch entsprechend ausgerollt und genutzt wird? Ich glaube, ja. Und zwar ist es so, dass der Bereich Partizipation wird immer zentraler und bedeutsamer auch mit Blick auf die digitale Gesellschaft. Und die digitale Transformation geht nicht ohne Bürgerbeteiligung. Und da müssen sich die Städte, aber auch Kommunen Dinge überlegen. Und das ist jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, so ein Projekt vielleicht auch nachhaltig auch in solche Stadtplanungsprozesse zu implementieren. Natürlich. Also vielen, vielen Dank für die tollen Informationen zu diesem Tool, das sicherlich das Thema Bürgerbeteiligung nochmal auf ein anderes Level heben kann. Seit Corona steigt der Inlandstourismus oder die Besucherzahlen im Inlandstourismus auch im Spreewald. Wie das trotzdem nachhaltig gestaltet werden kann, damit beschäftigt sich Sandra Rochnowski. Sie ist Professorin für Tourismusbetriebswirtschaft hier an der HWR Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die Lenkung von Besucherinnen und Besuchern. Also das bedeutet, es sollen nicht alle am gleichen Hotspot sein, zur gleichen Zeit, damit der ganze Besuch noch ein Genuss ist, damit die Anwohner und Anwohnerinnen nicht genervt sind. Das ist ja ein schwieriges Thema. Wie sind Sie da vorgegangen? Was kann man machen, um diese Besucherströme zu lenken? Ja, das ist erstmal ein ganz großes Thema und auch nicht ganz einfach zu beantworten. Erstmal sind wir so vorgegangen, dass wir uns mit der Destination, mit den Vertretern sozusagen im Spreewald zusammengesessen haben. Also das heißt, da sind dann Unterkunftsbetriebe, die mit den Gastronomiebetriebe, dann sind verschiedene Anbieter. Das heißt beispielsweise, die ein Museum haben, einen Campingplatz oder auch Kanoanbieter, also verschiedenste Dienstleister. Und da war erstmal das Thema, dass die eine unterschiedliche Perspektive haben. Manche, muss man ganz ehrlich sagen, die haben sich gefreut, dass es voll war wieder, wie Sie sagen, Corona inland gestiegen. Dass man gesagt hat, Mensch, schön, dass die Gäste zu uns kommen, dass die das Restaurant wieder besuchen, dass die touristische Angebote nehmen. Und auf der zweiten Seite muss man natürlich sagen, dann kommt nämlich die Perspektive einerseits, was man so Tourismusakzeptanz, einerseits von den Reisenden als auch natürlich dann von den Einwohnern vor Ort. Auf der einen Seite ist es natürlich so, was wir durch Gespräche, sowohl mit touristischen Vertretern und Akteuren, als auch selber mit Gästen, die die Destination besucht haben, festgestellt haben, jeder hat ein anderes Gefühl von Fülle. Ja, und man muss auch sagen, das hat sich ein bisschen seit Corona verändert. Also dieser Abstand ist irgendwie in den Köpfen geblieben und ich habe irgendwie jetzt doch ein anderes, meine andere Komfortzone, sodass man sagt, das Thema ist ausgelegt. Für touristische Anbieter, vor allem aus der Gastronomie ist voll, haben Sie mir gesagt, ein gutes Zeichen, weil das ist ein positives Signal. Es gibt ein gutes Eis, es gibt gutes Essen, der Kaffee, also das Angebot, was bei uns ist, wir werden es gut besucht. Auf der anderen Seite, wir hatten jetzt nicht ganz so viel mit Einwohnern, aber haben durchaus auch von den Akteuren Rückmeldungen bekommen. Die haben natürlich vor allem gesagt, es wird für sie teurer. Also jetzt ist, es kommt alles nur geballt und es ist natürlich auch eine veränderte Preisstruktur. Also beispielsweise, wenn man dann zum Bäcker geht oder plötzlich in den Cafés, wo man, sage ich mal, früher im Spreewald oder auch kleinere Örtchen, sage ich, eine andere Preissensibilität hat. Das sind Preise jetzt einfach, haben sich mal interessant verändert, sind gestiegen. Und das ging natürlich vielleicht nicht auch ganz mit den Löhnen einher, so in ländlichen auch oder ländlicher Renn. Der Spreewald ist ja auch Teil von Brandenburg in Regionen, wo man ist, einher, sodass man da so eine geteilte Meinung ist. Geteilt meine ich, es haben natürlich auch wieder viele positiv aufgefasst, weil viele sind natürlich in diesen touristischen, bei Akteuren beschäftigt, sei es in der Hotellerie, in Gastronomie, sei es im Museum oder natürlich auch, was ganz wichtig ist, in der Wertschöpfungskette. Ich bin auch beim Bäcker angestellt oder Metzger, die ja dann auch, sage ich mal, die Betriebe als Zulieferer der Hotellerie, Gastronomie beliefern und ich sozusagen dann auch aus der Kurzarbeit eben rausgekommen bin. Das heißt, das war sozusagen das ganz große Thema. Und da war erstmals dann so bei den Anfangsworkshops eine ganz große Erwartungshaltung, weil jeder hat ein unterschiedliches Problem. Also ich sage, der vom Museum hat gesagt, Mensch, die kommen alle immer nur Samstag, Sonntag. Warum möchte keiner montags ins Museum kommen? Um neun Uhr haben wir ganz viel Zeit. Und genauso das Restaurant hat gesagt, wenn man das so ein bisschen entzerren könnte auf andere Termine. Der Tourismus Spreewald hat sich grundsätzlich erst mal wieder gefreut, also dass Reisen möglich waren und dass sie nicht als Tourismusverband als mit als Testcenter für Corona fungiert haben, weil sie sagen, sie waren selbst auch in Kurzarbeit und haben Tests dann abgenommen und sagen, sie freuen sich erst mal wieder, also ihrem Kerngeschäft eben sich auch wieder widmen zu können. Das war sozusagen die Ausgangssituation. Das heißt, wir konnten oder können natürlich in diesem Forschungsprojekt, das auf den zwei Jahre ausgerichtet ist, natürlich nicht alles erheben. Also haben wir uns mit den Akteuren zusammengesetzt und haben einen Bereich rausgegriffen aus der touristischen Attraktion der Besucherlenkung. Und da sind wir auf das Paddeln gekommen. Und das zweite ist eben sozusagen die Hotellerie als einen wichtigen Akteur, weil in der Regel ja Gäste, die in den Spreewald reisen, ausgenommen von Tagesgästen, ja eine Unterkunft eben suchen. Und das Ergebnis daraus wird für den Spreewald bezogen, wird ja ein Leitfaden sein. Genau. Vielleicht können Sie den noch mal ein bisschen erläutern. Wir haben generell in dem Leitfaden erst mal beleuchtet, in welchen Stufen kann man Lösungsmöglichkeiten, also beispielsweise, wir nennen es in der Fachsprache die Customer Journey oder die Reisekette. Das bedeutet, dass der Kunde sich erst mal inspiriert, der Reisende sagt, Mensch, super, das Wetter ist schön beispielsweise oder mit der Familie in Urlaub, wir möchten Ausflug machen, ich lasse mich mal inspirieren. Das heißt, ich gucke vielleicht auf Social Media Kanäle oder ich berufe eine Touristinformation, gehe online, hauptsächlich digital und informiere mich, was ich machen könnte. Das zweite ist dann die Buchungsphase. Also ich sage, ja, wir haben uns tatsächlich entschlossen. Das dritte, ich bin dann vor Ort, beispielsweise, wo wir gleich näher eingehen auf das Paddeln und dann eben sozusagen, ich reise ab und welche Erlebnisse nehme ich mit. Das heißt, wir haben für jede dieser Phase entsprechend zur Besucherlenkung. Also das heißt, wie kann ich räumlich, zeitlich etc. versuchen, das zu lenken. Zu lenken ist immer schwierig, wie ich ja gesagt habe. Manche haben sich tatsächlich gefreut. Jetzt wird es wieder voll und manche haben das etwas kritischer gesehen. Lenken haben wir, was auf jeden Fall viel heute auch gemacht wird, über ein Ticketsystem. Weil es ist ja zum Beispiel, wenn ich dann im Spreewald stehe, zum Beispiel am Hafen oder möchte ein Kanu mieten, auch für mich total frustrierend. Beispielsweise Familien haben sich gefreut mit Kindern und es ist kein Kanu mehr verfügbar. Was mache ich jetzt? Natürlich kann ich dann sagen, am Hafen gibt es tolle Eisdiele. Aber vielleicht habe ich mich ja nicht nur auf die Eisdiele gefreut. Also war es dann eben so, dass man digital, Anbieter gesagt hat, ein digitales Ticketsystem, wo man einfach auch so ein bisschen lenkt. Einerseits zur Zufriedenheit, dass ich weiß, wenn ich rechtzeitig gebucht habe, dass mein Kanu auch bereitsteht für den Zeitraum, wo ich so einen Anspruch nutzen kann. Aber auch die Lenkung, nicht dass alle stehen. Und dann auch irgendwie es zur Überfüllung kommt, weil man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig paddeln kann. Weil rechts und links die Abstände eben sehr gering ist. Und dass dann das Erlebnis vielleicht auch nicht mehr da ist. Dann das Zweite auch, wie kann man Informationen machen? Also Informationen auch im Vorfeld, ohne abschreckend zu wirken. Das war somit ein großer Aspekt, weil keiner möchte natürlich sagen, oh ja, am Wochenende ist bei uns richtig voll. Bitte kommt nicht. Das möchte ja auch kein Anbieter. Ja, jeder sagt, der sagt, lass doch erst mal kommen. Und wir gucken, wie viele kommen. Weil nicht jeder, der sich digital informiert, sagt dann auch tatsächlich, super, wir fahren jetzt heute im Spreewald zum Paddeln. Deswegen haben wir auch gesagt, muss man sowohl positiv die Informationen fahren. Also durch ein Ticketsystem. Bitte rufen Sie an, reservieren Sie, melden Sie sich rechtzeitig oder informieren Sie sich über Social Media Kanäle, über Kapazitäten. Wie genau bekomme ich denn Menschen dazu, eben nicht dahin zu fahren, wo alle hinfahren? Haben Sie da Empfehlungen geben können? Das ist ganz schwierig. Warum meine ich ganz schwierig? Wir haben das mit der Theorie, ich sag mal jetzt einfach Nudging untersucht. Nudgen heißt eben, ohne dass man jetzt einen monetären Anreiz dafür verspricht oder irgendwie jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Böse, böse. Wir sollen hier nicht durchs Biosphärenreservat oder die Uhrzeit ist gar nicht gut oder denk an die armen Einwohnenden hier in den Orten. Das sollst du nicht besuchen. Also beispielsweise, wir haben ganz klassisch getestet mit der HTW insbesondere. So Science. Also das heißt, wir haben die Verhaltensregeln nicht nur mündlich weitergegeben. Wir haben zum Teil einen Zettel. Wir haben den auch ansprechend mit Bildlichem. Die haben das auch visualisiert, dargestellt, nochmal extra zu dem Erläutern auch Informationen mitgegeben. Man hat ausprobiert, dann noch so Schilder, also so Blogger da zu machen. Aber Fakt war, unsere Wahrnehmung, das heißt Beobachtung, Befragung, sie haben es wahrgenommen. Fakt ist, war so die Erkenntnis dann, ich habe meinen Fokus, ich möchte heute eine touristische Aktivität, ich freue mich aufs Paddeln und ich möchte erst mal loslegen. Das Hinstupsen, überleg dir doch mal eine andere Route oder vermeide doch mal das Biosphärenreservat oder guck mal hier, war schwieriger. Man muss natürlich jetzt dann gucken, wir haben das getestet, ob man das dann tatsächlich jetzt fix auch denn dauerhaft implementieren würde. So eine Broschüre, also Zeichen auf der Website, welche langfristigen Effekte ist. Welches Interesse gibt es denn allgemein an dem Thema Nachhaltigkeit und Hotellerie und Tourismus? Also Sie, ich weiß, Sie haben dann auch noch eine größere Studie gemacht. Spielt es da eine Rolle? Stoßen Sie da auf offene Ohren? Was ist da möglich? Was haben Sie da vor? Also das ist ein ganz großes Thema, Nachhaltigkeit. Ich meine, das Besucherlenkung ist ja ein Thema der Nachhaltigkeit. Und das Zweite ist sozusagen die TMB, also die Tourismusmarketing Brandenburg insgesamt für die Vermarktung, also die für die komplette Vermarktung Brandenburgs nach außen zuständigen, hat in ihrem Zukunftskonzept, Tourismuskonzept Nachhaltigkeit als große Säule. Und hier vor allem die Themen auch, was jetzt in aller Munde ist, Mobilität, aber auch das Thema Ressourcenschonung, CO2-arme Mobilität. Und da ist ein großer Aspekt eben auf Regionalität. Regionalität umfasst dann natürlich die gastronomischen Angebote, aber auch die Produkte, die in der Region sind. Ein großes Thema ist von der Hotellerie. Die Hotellerie ist ja einer der zentralen Akteure. Und wenn man es mal so fasst, ist ja die Beherbergung nach sozusagen dem Transportmittel, sei es, wenn ich mit dem Flugzeug anreise oder mit dem Auto. Er ist ja eines, der die höchsten CO2-Emissionen hier auch verursacht. Und da gilt es natürlich dann auch zur Xiaomi-Kammer. Fakt ist für viele ja auch, war dann an uns herangetragen, wie fange ich denn überhaupt an? Das ist so die klassische Frage. Ja, brauche ich ein Zertifikat? Oder mein Liebling, haben Sie ein Leitfaden? Gibt es ein Zehn-Punkte-Programm? Eigentlich habe ich keine Mitarbeitende. Aber Nachhaltigkeit ist ja so komplex, ist jetzt das Klima und ist sozial. Also das sind ja ganz, ganz viele Fragen. Aus dieser Fragen heraus habe ich eben gesagt, dann schauen wir doch mal, wo wir stehen. Ich habe dann eben gesagt, wie man so macht wissenschaftlich, wir müssen erst mal eine Bestandsanalyse. Bevor ich da allgemein, kann man natürlich immer Vorschläge oder Hinweise geben, um zu gucken, was wird denn überhaupt gemacht. Das heißt, um mal ganz klar, wir haben auch über das Thema Nudging, also Stupser, haben wir abgefragt. Zum Beispiel ein klassischer Nudge, was man im Hotel macht. Beispielsweise Kunden, die auf die Zimmerreinigung verzichtet haben, ist ja heute vielfach, ist ja nicht nur Kostenaspekte oder um Personal auszugleichen, sondern auch Ökologen, haben dann zum Beispiel in Säckchen an die Tür hingehängt bekommen, da war ein Goodie drin. Also von einem Apfel, von einem Stück Schokolade. Und das war eben ein Nudge, das andere eben auch gefragt haben, warum hängt bei mir so ein Säckchen nicht? Oder ich habe hier nichts bekommen. Dann haben wir klassisch gefragt, zum Beispiel dem Handtuch wechseln. Ist ja ein alter Hut eigentlich, aber wird vielfach noch nicht gemacht. Wer setzt es um? Nicht nur wer setzt es um, also quasi hat das Schild, wo jeder kennt im Badaufsteller, sondern wer inzentiviert es. Da kam zum Beispiel als Rückmeldung, dass Hotels gesagt haben, wir bieten an, wir pflanzen einen Baum. Also wenn du dann auf deinen Bettwäsche wechseln, wenn du zwei Nächte da bist, was so im Durchschnitt zwei bis drei, drei, vier Nächte, die klassisch auch, auf deinen Bettwäsche wechseln und deinen Handtuch wechseln, verzichte es, pflanzen wir einen Baum. Und haben eben wir eben auch erst mal dargestellt. Das Zweite eben, wie viele haben denn überhaupt dargestellt, ohne dass sie jetzt da einen Komfortverlust eben sozusagen. Einige haben auch gesagt, wir bieten dann an, einen Gutschein. Also Gutschein beispielsweise, du kannst dir ein Getränk wie ein Kaffee beispielsweise an der Bar abends sozusagen abholen. Und da waren wir doch überrascht, welche Aktivitäten setzt ihr um? Konnte man sagen, waren schon, ich sag mal, die Klassiker oder vielfältige oder kreative schon da. Was ist denn das Ziel? Was werden Sie mit den Ergebnissen machen? Das Ziel ist, wir haben einen Datensatz. Also ich muss sagen, wir haben ja das ein bisschen ausgeweitet auf ganz Deutschland. Also die erste Erkenntnis ist, dass wir sozusagen die Ergebnisse jetzt auch präsentieren, den Mitgliedern. Speziell natürlich unserem Forschungspartner als erstes, um uns dann hinzusetzen, konkrete Maßnahmen im Weiteren. Weil ich habe jetzt eben gesehen, wo ist man gut aufgestellt? Beispielsweise in der ökologischen Säule. Das heißt, klassisch, was man in der Wissenschaft macht. Ich habe jetzt ein Buch angeboten gekriegt. Ich habe Buchbeiträge. Ich stehe auf der ITB. Wir haben eine große Podiumsdiskussion zu dem Thema Nachhaltigkeit auch mit den Vertretern, aber auch ganz praxisnah, weil das mein Herzensthema ist. Warum Herzensthema? Ich habe genau vor zehn Jahren meine Masterarbeit zu Nachhaltigkeit in der Hotellerie abgegeben, weil ich das praxisnah bei den TUI Hotels und Ressort und freue mich jetzt eigentlich auf diese Erkenntnisse nach zehn Jahren. Und ich freue mich ganz besonders, weil der Endkunde fragt. Ich habe eins mitgenommen, wo ich bei der TUI gestartet habe. Also das ist jetzt ja über zehn Jahre. Ich war da knapp drei Jahre, habe meine Masterarbeit. Solange der Endkunde, also wie wir, wo wir dazukommen, wie wir selber ins Hotel fahren, unseren Urlaub verbringen, nicht aktiv, sage ich mal, fragt, ja woher kommen die Eier auf dem Frühstücksbuffet? Oder woher kommt das Fleisch? Oder aha, oder ach hier trennt Müll. Oder ich möchte mich aktiv hier beteiligen. Oder ich sehe was, habe ich gesehen, schiebt das System nicht. Also das heißt, der Hotelier hat immer gesagt, naja, solange der Endkunde da nicht aktiv danach fragt, ist vielleicht noch nicht der Zeitpunkt. Und jetzt ist eben sozusagen auch der Zeitpunkt, wo der Endkunde, der Reisende solche Themen einfordert, ja. Aber auch der Hotelier gemerkt hat, man ist sensibilisiert. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Ende, ein sehr gutes Schlusswort und ein Appell und auch eine Ermutigung an die Kunden und Kundinnen, das eben auch einzufordern, wenn sie selbst touristisch unterwegs sind und danach zu fragen und darauf zu achten und ihr eigenes Buchungs- oder Konsumverhalten darauf auszurichten. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich sage vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und ja, dann hoffentlich mal bis auf bald zu einem anderen spannenden Thema. Und das war es schon für heute. In der nächsten Folge sprechen wir über die Rolle der Polizei in einer demokratischen Gesellschaft. Weitere Infos und Links über die Themen der heutigen Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt.